Im vergangenen Jahrzehntag von dem Jublacher Schrott, Werken hätte ich fast gesagt, von Metallhandel. Das ist der Betrieb, den sein Großvater und sein Vater aufgebaut haben und den er führt. Wir kommen über den Ernst Müller, den Händler in Nürnberg, aus Lofenwürgen und er war 2016 Meister und sonst noch nie auf dem Weg. Wir schauen auf Bahn 2. Sebastian Schenkelberg von der Schenkelberg-Luz. 2017 Platz 3, 2018 Zwölfter und er kommt über den Händler Jungblut hier nach Aschaffenburg. Erwin Brumann, siebenmal in Aschaffenburg schon dabei. Noch nie auf dem Treppchen, noch nie, glaube ich, ins Finale, qualifiziert bei Grumann, aus Rohrbach. Er fährt für Richter und Frenzel und alle drei sind jetzt bereit und wir sagen, Doro, Countdown ab! Und alle zählen nicht! Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, eins, die Plätze, fertig! Der Schenkelberg von der Kälte ist wichtig! Der Schenkelberg von der Schenkelberg von der Kälte ist wichtig! Das Schenkelberg von der Laufbahn anbelangt! Der Schenkelberg von der Kälte ist wichtig! Liebes Publikum, ihr dürft unterstützten. Tipps geben, links, rechts, vor und zurück. Die brauchen euch, die Jungs. Liebes Publikum, ihr dürftet. Liebes Publikum Ich würde momentan fahren rein. Liebes Zuschauer, seid ihr noch da? Ja, mach mal ein bisschen leer. Ja, mach mal ein bisschen leer. Ja, mach mal ein bisschen leer. Oh mein Gott. Wenn was fällt, wieder drei Teile übereinander aufstammeln. Ja, mach mal ein bisschen leer. 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 Und jetzt wird's spannend. Baden-Drein. Wir schauen genau hin. Achtung auf den Schlagschall. Erwin-Rommer aus Brunnen. Wir kommen über uns. Ich schau uns trotzdem. Wir kommen über uns. Wir kommen über uns.